Eklat in der Sendung Schlag den Star bei ProSieben, moderiert von dem Moderator Elton. Der Rapper Bowser, ich kannte ihn bislang nicht, hat ein dubioses T-Shirt angezogen, wie wir hier sehen können, FCK AFD. Was sind denn das für kryptische Zeichen? Hat der irgendwas mit Fußball zu tun? Wir gucken uns die Sache genau an. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, für kritischen Content jetzt ein Abo dalassen. Und ist es nicht wirklich abstrakt? Ich gucke ja zum Glück kein Fernsehen mehr. Sowas bestätigt mich ja immer wieder, warum ich kein Fernsehen sehen möchte. Weil wenn ich Fernsehen gucke, möchte ich abgelenkt werden. Wenn ich zum Beispiel, ich habe keinen Netflix-Account mehr, aber hatte, den eingeschaltet habe, möchte ich da nicht irgendwie politische Statements sehen. Da möchte ich abgelenkt werden von der Realität und finde mich wieder irgendwo, vielleicht in einem Raumschiff, vielleicht in einer anderen Zeit vor ein paar hundert Jahren irgendwo im Mittelalter oder sonst was. Und möchte mich vollkommen in diese Geschichte vertiefen und einfach abgelenkt werden. Das Volk braucht nun mal Brot und Spiele. Da kann ich mich nicht von freisprechen. Wenn ich aber würde, sollte ich eine Sendung gucken. Und ich habe Schlag den Star und damals noch, als es gab Schlag den Raab, sehr gerne geguckt vor zehn Jahren. Mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, seit Jahren gucke ich kein Fernsehen mehr. Dann möchte ich doch nicht solche politischen Statements in einer Sendung sehen. Das ist doch schwachsinnig. In einer Unterhaltungsshow, was das ja offensichtlich darstellt. Aber stellen wir uns mal vor an dieser Stelle, da hätten ein paar andere Zeichen drauf gestanden. Was dann wohl losgegangen wäre. Aber wenn wir uns jetzt das Ganze angucken. Es handelt sich hier um diese zwei Kandidaten, die sind da gegeneinander angetreten. Das ist einmal dieser Rapper Bowser. Ich kannte ihn nicht. Wir gucken uns mal an, wer der Herr ist gleich. Den Schauspieler Emilio Sacria. Ich gucke kein Fernsehen. Besonders kein deutsches. Deswegen auch keine Filme. Ich kann euch nicht sagen, wer das ist. Ob der jetzt ein toller Schauspieler ist. Keine Ahnung. Rapper Bowser. Bürgerlich. Julian Otto. Er ist ein deutscher Rapper und Sänger, der anfangs durch die Zusammenarbeit mit Kapo und Haftbefehl bekannt wurde. Er lebt in irgendwo Bietigheim, Bissingen. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne den Herrn halt auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant. Das hier wollte ich euch zuerst zeigen. Wenn wir uns das angucken. Er hat hier dieses Statement T-Shirt bezüglich einer gewissen Partei, was er davon hält. Das kann er machen. Von mir aus kann er das auch in dieser Show machen. Ich schalte diese Show nicht ein. Bekomme ich jetzt aber per Twitter und hier über die Bild wird ja darüber berichtet. Das Ganze mit. Offensichtlich hat das auch den Moderator Elton ja nicht interessiert. Okay. Aber was ist das für ein Rapper? Wir sehen hier zum Beispiel von Musik Express von 2019 eine, ja, so ein Posting. Zitat. Ich lasse keine und ich kann die Worte hier nicht aussprechen, sonst wird das Video gesperrt. Punkt, 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 Punkt. Alle wollen meinen Punkt, Punkt, Punkt. Sogar Punkt, Punkt, Punkt werden umgedreht. Geht's noch plumper? Fragezeichen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Was hier abgeht, wem da offensichtlich eine Plattform geboten wird. Aber nochmal, wenn jemand hingeht und er hatte erst so einen Trainingsanzug an und zog dann seine Jacke aus, als es ein bisschen zu schwitzig wurde offensichtlich und dann hat man dieses T-Shirt mit dem Statement gesehen. Ein neutraler, ein guter, ein seriöser Moderator, eben das Gegenteil von dem Moderator Elton, meiner persönlichen Meinung nach, wäre dann hingegangen und hätte gesagt, sorry, cut hier, das können wir nicht machen, das ist ein politisches Statement, sowas möchten wir nicht in unserer Sendung. Aber das Gegenteil ist ja bei dem Herrn der Fall. Denn einige von euch werden sich an mein Video aus dem Sommer letzten Jahres erinnern, das ist immer hier, hatte ich ja darüber berichtet, im Investiertkanal. Moderator Elton eskaliert auf Bühne und hetzt gegen die AfD, habe ich das damals betitelt. Und anders konnte man sich das nicht vorstellen, dass er sagte, ja, die alten Parteien, die würden ja aktuell ziemlich viel Mist machen, könnte man schon sagen, aber das ist noch lange kein Grund, um die AfD oder auch andere, ja, irgendwas komische Parteien und sonst was zu wählen. Wisst ihr Leute, soweit sind wir hier bekommen, dass wir von, ja, guten oder auch nicht so guten Moderatoren uns vorgesetzt bekommen werden sollen, wen man zu wählen hat, wen man gut finden soll, wen man nicht gut finden soll. Das offensichtlich ebenfalls auch von einem, ja, talentierten, aufstrebenden Rapper, finde ich absolut verwerflich, wie ich persönlich finde. Aber viel mehr noch, wenn wir uns angucken, das hatte ich ja gerade schon vorzeitig angeklickt, den Link, guckt euch das mal an. Stellt euch mal vor, der hätte das auf seinem T-Shirt gehabt. Da würde jetzt jemand hingehen und der sagt, ich bin nicht einverstanden damit, was die FDP vom Justi Grünen oder auch die SPD irgendeine andere Partei macht. Ihr glaubt doch nicht, dass das genehmigt worden wäre. Da hätten wir garantiert einen Unterschied gesehen, dass die Sendung abgebrochen wäre. Er hätte irgendwie ein anderes T-Shirt, vielleicht hätte er es auf links drehen müssen, das T-Shirt, und hätte es nicht weiter tragen dürfen. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf, das ist meine persönliche Meinung dazu. Wenn sich Fernsehsender wirklich fragen, und man sieht das ja gerade auch nicht nur beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch beim, ja, freien Fernsehen, wie auch immer, beim ProSieben RTL und wie es alles heißt, dass dort die Zuschauerzahlen massiv gefallen sind im Vergleich zu den letzten Jahren, dann brauchen Sie sich doch nicht fragen, woher sowas kommt. Das kommt eben durch solche Situationen, weil man hat doch mittlerweile durch YouTube, durch Netflix und andere Sendungen zahlreich die Möglichkeit, um sich freier zu informieren, um sich freier zu unterhalten lassen. Es gibt ja auch zahlreiche tolle YouTuber hier, die Unterhaltungsvideos machen oder auch Nachrichtensendungen im witzigen Stil aufbauen, im satirischen Bereich, was Unterhaltung darstellt. Und das mit Hunderttausenden, teilweise Millionen Klicks, Deutschland und auch weltweit. Und das stellt doch wirklich dieses Verhalten komplett ad absurdum, dass man da nicht irgendwann die Reißleine zieht und sich überlegt, ja gut, vielleicht machen wir da wirklich ein bisschen was falsch. Das sollte nicht so sein. Vielleicht sollte man dies und jenes ändern, etc. Aber nein, so weit denken die einfach nicht. Die sitzen auf ihrem hohen Ross beim ÖHR, es ist ja nochmal auf der Liga, dass sie mit 8 Milliarden circa pro Jahr von unseren Steuergeldern unterstützt werden, sagen wir es mal so. Und dass es denen egal ist, ob wir das Programm mögen oder auch nicht. Bei den privaten Sendern, das war das Wort, was wir vorhin wählen. Beim privaten Sendern haben wir die Situation, dass sie versuchen, die Leute, die erfolgreich in diesem YouTube-Business, Twitch und wie es alles heißt, sind, versuchen, auf ihre Plattformen drauf zu bekommen. So dieses Join beispielsweise, dass da Events gemacht werden mit richtig großen Influencern, mit großen Streamern und so weiter, damit man die junge Zielgruppe halt in diese oder auf diese Plattformen jeweils bekommt und weg von den großen YouTube- und Twitch-Plattformen. Und das ist doch ein komplettes Eingeständnis. Das ist ein komplettes Eingeständnis, dass Fernsehen und Unterhaltung halt nicht mehr so funktioniert. Und meiner Meinung nach ganz klar, solches Verhalten, was jetzt hier an den Tag gelegt und akzeptiert wird, ist offensichtlich ganz klar eine Unterstützung dazu, dass das so nicht funktionieren kann, dass das so nicht mehr aufgeht. Und dann frage ich jetzt nochmal an diese Stelle an diesen Rapper Bowser, glaubt der jetzt allen Ernstes, dass wenn er hingeht und solch ein Statement-T-Shirt trägt, dass das ein einziger dieser Wähler umentscheiden wird bei der nächsten Wahl, dass er sagt, oh, der hat jetzt aber so ein T-Shirt. Ja, dann kann ich die jetzt aber nicht mehr wählen. Also ich glaube, gerade die Wähler dieser speziellen Partei sind so proaktiv, informieren sich so, dass sie genau so etwas verachten und dass das genau in die falsche Richtung geht aus seiner Sicht. Schreibt jetzt eure Meinungen rein. Werdet ihr die Partei wählen, ja oder nein? Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten und ciao.